Das ist Johannes. Johannes ist 28. Er entwickelt ein Notbremssystem, das Unfälle in Zukunft verhindern soll. Das ist Ötzgan. Ötzgan ist 25. Er forscht an Antrieben, die den CO2-Ausstoß reduzieren und so die Luft in Großstädten sauberer halten. Das ist Jan. Jan ist 30. Er verwandelt Abgaswärme in nutzbare Energie und spart so Treibstoff. Das ist Britta. Britta ist 36. Sie programmiert eine App, mit der man einen LKW steuern kann. Und zusammen entwickeln sie effektive und innovative LKW. Untertitelung des ZDF für funk, 2017